Ich bin Christian Wolf. Ich war 22 Jahre Pfarrer an der Thomaskirche. Seit Jahren setze ich mich ein für ein friedliches und demokratisches Zusammenleben von Jung und Alt, von Einheimischen und Migrantinnen, von Menschen unterschiedlicher religiöser Herkunft. Als ich 18 Jahre alt war, durfte ich nicht wählen. Das hat mich damals tierisch aufgeregt. Erst eine sozialdemokratisch geführte Bundesregierung senkte das Wahlalter von 21 auf 18 Jahre. Das zeigt, es ist nicht gleichgültig, welche Partei regiert und man muss sich engagieren für Gerechtigkeit und Vielfalt. Darum kandidiere ich auch für den Stadtrat als Christ und als überzeugter Sozialdemokrat.